Hier spricht wieder euer Peter Gimmel. So Leute, ich denke, wir werden heute die Legende von Georgine machen, würde ich mal sagen, Leute. Während du fort warst, half dein Söldling anderen Jahr als aus. Hier ist der Lohn, den er dafür erhielt. Okay, kriegt man ein bisschen Geld. Oh, man kriegt nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld kriegt man. Das ist immer gut, finde ich. Ein bisschen Geld kriegt man immer. So, wer ist denn das, der gute Mann oder die gute Frau? Schauen wir mal. Heute noch nicht. Aber ich würde sagen, ich würde gerne gucken, ob wir den heiligen Eugenio finden. Ne, gibt es nichts mehr. Heilung. So, dann gucken wir mal, ob wir dort den... Ja, bin ich mal gespannt. Ah, dass wir die Halle akkusieren. Okay, dann schauen wir mal. Was er so hat, sprechen wir mal mit ihm. Hallo. Ich wollte dir vom Vermächtnis des heiligen Georgius erzählen. Ist das irgendeine alberne Legende? Genau. Der Erzählung nach ist das Vermächtnis dieses verehrten Heiligen seit Jahrhunderten verschollen und in ganz Englerland verteilt. So ein großer Schatz. Und doch hat niemand eine Ahnung, wo sich auch nur ein Stück davon befinden könnte? Ne, haben wir doch einen. Bis jetzt. Monatelang hörte ich Gerüchte, die zu den Geschichten passten. Und nun sind meine Späher mit einer Karte zurückgekehrt. Okay. Die Füße, Seffern und Echse spielen beide eine Rolle in der Legende von Georgius. Also gut. Dann werden wir dort suchen. Aber halte auch nach anderen Verstecken ausschauen. Okay, Leute, das heißt, Echse und Echse, wir müssen halt gucken. Genau, das weiß man halt. Willst du es herausfinden? Klingt verlockend. Ich mache mich auf den Weg. Viel Glück. Lust auf einen Raubzug? Ja. Zeig mal deine Ware. Schauen wir mal, was er hat. Oh. Okay, Tattoos für den Kopf hat er, für den Rücken, für die Arme und der Ruhm. Uh. Okay, dann schauen wir mal, was er hat. Schiff anpassen. Schauen wir mal. Okay. Uh, Fracht. Trauchenraum, Wabenplan. Ich würde sagen, wir nehmen die Trauchen, weil, ich denke, unser, äh, unser Ding machen wir, glaube ich, nid. Würde ich sagen, unser, machen wir nid, weil, wir wissen nid. Wir wissen nid. Wir müssen hier entlangfahren. Wenn du Bündnisbedenken hast, keine Sorge, unsere Raubzüge werden sie nicht belasten. Du arbeitest verdeckt auf unseren Schiffen und meidest bekannte Orte. Wir werden früh genug rasten. Okay, da gibt's noch. Okay, ich soll's nicht da, hake Fluss verteidigen. Ich deets auch mehr riskieren. Wir riskieren's nochmal, leider. Okay. Oh, okay. Soll man den... so dann gucken wir mal okay es wird hat da exe aber versuchen es nur noch mal oder mal gehen wirklich okay das sind okay leute ich jetzt schon mal riskieren fluss verstärken mehrfach mal testen sein wenn nicht dann können wir immer noch zurückgehen leute so können wir es machen wenn es wirklich zu hardcore ist wenn man immer noch rausgehen leute aus dem ding würde ich sagen können wir ja machen wenn es zu stark ist können wir ja rausgehen um die sanierung aber brauchen wir können noch mehr braucht noch ein ding leute und ein schlusshinweis müssen wir noch mal wir können jetzt noch ein bisschen so kleine schlussraubzüge machen würde ich sagen gucken mal ob man die legende hinkriegen oder oder hat man ja das ist so das ding wo du steht ich in einer offen offen sehe ich mir leute sozusagen steht einer auf dem see sieht so aus so na na schaut einfach mal und dann und dann Wir können ja die Dingo machen, Leute, würde ich sagen, dass man den heiligen George findet. Ja, die Reise ist da und da wieder eh... Alter, ich finde, okay, die, äh, dass man aber die, äh, die Bug und Dingo nicht machen können, ist seltsam, muss ich sagen, Leute. Dass man den Heck und das Bug nicht machen können, naja, okay, vielleicht. Uh, es regnet hier, Leute. Okay, jetzt müssen wir erstmal fahren, Leute, erstmal. Okay, grüßen können in bestimmte Großsoldaten gefunden werden. Hier gibt es nichts als Ruinen. Ich sollte zurückkehren, wenn es jemand wieder aufgebaut hat. Viele Verteidiger, anscheinend wurden wir erwartet. Du hast also deinen Körper durch Raubzüge kaputt gemacht, ich bin jetzt Lehrmeister. Warum setzt du dich nicht mit deinen Reichtümern auf einem Hof zur Ruhe? Ein Hof? Das klingt schrecklich langweilig im Vergleich zum Leon. Das bringt dir dein Leben, wenn du kein... Okay, Leute, okay. Okay, das ist jetzt das Problem, Flussverteidigung. Okay, die Flussverteidigung. Okay, die Flussverteidigung. Okay, die Flussverteidigung sind halt vielleicht das Problem, was wir jetzt haben, Leute. Das ist jetzt, glaube ich, das Problem, was wir jetzt haben, ein bisschen, Leute. So, jetzt schauen wir mal, äh, wo... Okay, mal neben den anderen Weg, mal, Leute. So, ein Land zu sprengen und so gut zu sein, wie ich einst. Das macht dich stolz. Das mal alles muss, äh, den Bereich auch frei kriegen. Okay, mal testen, gehen wir da rum. Okay, jetzt ein bisschen... Ja, wir haben hier schon sehr viel... Okay, hier kann man plündern, Leute. Hier kann man schon plündern wieder, Leute. Äh, ja, 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 ja. Äh, ja, 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 ja. Okay, hier gibt es nicht so viel Leute, leider. Okay, hier sind wir. So, jetzt haben wir da mal ein bisschen aufgeräumt, Leute, aber wir haben ein klein bisschen lebenselig. Wenn wir hier essen müssen wir gucken, ob wir hier essen können, aber es sieht sehr sehr, oh man, das könnte sein, dass wir bald hier nicht weit kommen, Leute, wenn es pech ist. So, Leute, schauen wir mal, wo wir... Okay, jetzt nehmen wir mal den Weg hier unten. Okay, wir wollen noch ein bisschen plündern, würde ich sagen, dass wir ihnen ein bisschen ziehen. Okay, hier ist halt... Okay, die Flussverteilung ist halt ziemlich hoch. Das kann auch sein, Leute, dass wir vielleicht auch warten müssen, dass wir mit dir noch... Okay, Leute, da können wir plündern jetzt, Leute. Jetzt stirbst du. Wenn Famroloh! Ja. Der Herr gibt mir Stärke! Die Leiche sind vorbei! Oh nein, ist einer gestorben? Oh Gott! Die Scheibe ist ein bisschen wach... Okay, wir müssen mal alles... Ach, boah! Okay, das ist halt... Oh nein, Mann! Okay, wir... Oha, das ist... Das heißt, wir werden... Wir müssen aufpassen, wie wir arbeiten... Das ist unser Problem, wir müssen Mahlzeiten... Wir brauchen Mahlzeiten... Durch Mahlzeiten... Durch Mahlzeiten... Durch Mahlzeiten... Das heißt, wir brauchen Mahlzeiten... Wir brauchen Mahlzeiten... Oh, die erste... Oh Mann, eine Verlust... Okay, das heißt... Wir müssen aufpassen, dass wir... Die Mahlzeiten... Wir brauchen Mahlzeiten... Wir brauchen Mahlzeiten... Wir brauchen Mahlzeiten... Okay, Mann! Okay, Mann! Eine Person verloren! Oh Mann, das wäre doch ein Problem, glaube ich. Okay, wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Die gezneiden M DH! Wir brauchen... Wir brauchen... Ja, wenigsten... In die Schlacht... Was ist das? Das war's! Verschwinden wir! Boah, gibt es jetzt ja mal nur eine Person. Es ist halt immer das Problem, die Leute zu verlieren. Das ist halt das Problem. Das heißt, wir dürfen nicht... Okay, viel aufpassen müssen, meine Leute. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen für heute Feier. Somit sagt für heute euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und pici, bis deee. Bis zum nächsten Mal.